Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Huss und Frank Buschmann. Wir freuen uns am heutigen Tage auf ein Division Rivals Spiel. Arsenal gegen Terriers. Tja Wolf, das ist interessant die beiden im direkten Duell zu erleben, das könnte ein Highlight werden. Jetzt die Gelegenheit, ganz knappes Ding, unter die Latte und dann rein. Die Gelegenheit, ganz knappes Ding. Die Gelegenheit, ganz knappes Ding. Die Gelegenheit, ganz knappes Ding. Bis zum nächsten Mal.